Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns mal wieder unfassbar merkwürdige Momente an, Leute. Auf dem Kanal von Transpott schauen wir uns mal an, Leute. Das Dixi-Klo ist explodiert. Wenn ich in dieser Episode kein Dixi-Klo sehe, das explodiert, dann sage ich, das stimmt nicht. Das ist Clickbait und alles Mögliche. Also Leute, wir gucken rein. Ich würde sagen, let's go. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Ah, guck mal. Guck mal, die sind süß. Bis die aufwachsen, dann sind sie Teufel. Yo, der nimmt einfach einen Pfau. Einfach einen Pfau mit. ...ein entire Peacock. This doesn't make sense. Cats and water don't do good, but everyone needs a bath. What's this dog trying to tell us? What is it? Did this guy... Ja, was wollte der Hund uns sagen? Was ist mit der Wassermelode? Die sieht ja übelst komisch aus. Sieht aus wie so eine Art Grill. I just unlock this watermelon. Yo, und jetzt musst du eine Lampe draus machen. Aber die könnt ihr nur zwei Tage nutzen, dann verfault sie und dann kommt fliegen. You know for a fact, whoever she's texting is in trouble. Oh, 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 oh. Wenn ihr so einen langen Roman lest, dann wisst ihr... Immerhin macht sie euch keine 5 Minuten Memo. Oh, boy. This is cute, but did anyone else think the fry was never going to end? Diese Pommes ist ewig lang. How is this possible? It's so perfect. Wow. Ich weiß nicht, wofür es ist, aber es ist krass. Next time I fly, this is on the list of things to do. Oh, voll die geniale Idee. Wir machen einfach ein Video und dann machen wir es runterziehen. Dann haben wir so eine Art Stütze. Und dann können wir so ein Video machen. Yo. The bride and groom son just wanted to flip on stage. Yo. Look how real and far he's come. Oh, mein Gott. Der schafft es einfach, Mini-Essen zu machen. Ist es aus echten Zutaten? Sind das echte Mini-Tomaten und echte Mini-Gurken? Follow the green ball. Alles klar. Wow. Wo ist denn der grüne Ball? Der ist verschwunden. Da ist er. Jetzt ist er wieder weg. Da ist er. Oh, wow, 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 wow. Alter. Okay. Und jetzt. Ja, äh. Leute. Wie soll ich denn dem grünen Ball folgen, wenn ich plötzlich alle möglichen Farben sehe? Das ist bewusstseinserweiternd. Alter, die Skills sind ja crazy. Wo ist der grüne Ball? Wo ist der Ball? Ich sehe nichts. Do you think it's one, two or three? I have no... Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß definitiv. Eins. Äh, ich habe erstens nicht aufgepasst. Und zweitens. An einer Stelle hat sich der grüne Ball mit einer anderen Position getauscht. Also ich kann es. Ich rate mal die zwei. Ich rate mal. Er hat gesagt, sit down, ich bin der große Bruder. Da. Du machst jetzt erstmal. Ist das ein reinklige Fisch? Wow, das ist ein echter Fisch? Das ist ein echter Fisch. Das ist einfach ein RGB-Fisch. Oh, ist der süß. Guckt euch das mal an. Der benutzt seine Fische noch nicht mal. 3-Ball-3-Cups kann er landen. Diesen insane Trickshot. Es ist auch super satisfying. Das sieht gut aus. Was ist das? Was ist das? Ein Mini-Nasshorn-Nilpferd. Nilpferd. So süß. So süß. Der ist so klein. Und so süß. Ah, jo, ist der süß. Guckt euch das schon mal an. Guckt euch das schon mal an. Dieses Gesicht, Leute. Guckt euch das schon mal an. Dieses Gesicht von dieser kleinen Schildkunde. Also entweder er genießt es. Oder er will gerade schreien. Nein, das ist Gallium. Gallium ist, äh... Das ist ein Metall, das bei Zimmertemperatur schon schmelzen kann. Aber cool. Ah, nein. Ich denke, das ist Eiscreme, oder? Ja, ah. Ey, ist das der Typ aus Stranger Things? Und jetzt, er hat's realisiert. Er hat's realisiert. Er hat es realisiert. Einfach ein Husky kommt rein in die Klasse. Direkt. Warum gibt's nicht... Ey, jede Klasse braucht einfach so ein Haustier. Wär das nicht cool? Einfach irgendwie so eine... In der Grundschule zumindest. Ey, ihr habt einen Fisch. Oder ihr habt eine Schildkröte. Und die passt euch im Unterricht auf. Und ihr füttert sie ab und zu. Und so weiter. Das ist die neue Samsung-Waterfall-Feature. Oh, nein. Oh, nein. Ich glaube was. Ich weiß, was passiert. Ich glaube, die Eismaschine ist kaputt. Und das Wasser läuft aus, weil es geschmolzen ist. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, nein. Ich versuche, ob ich das mag oder nicht. Was ist das für dich? What? Was ist das für eine... I'm confused. Is this a really big TV-Screen? Nee, das ist so ein schlechter TikTok-Filter. Do you think you could catch all of these? Alle fangen. Okay. Whoa. Okay. Mit einer Hand macht er es. Gott. Kriegt man dann so ein Stitch-Figur? My toxic trait is... Yo, Alter. Das ist für jeden, den Ninja Warrior probiert zu machen. Das. Ey. Wenn du das schaffst, dann hast du es geschafft. Thinking I could do this. Wenn du das schaffst, hast du es geschafft. Sag ich dir ehrlich. Dann hast du es einfach geschafft. Wie willst du denn da oben ankommen? Und vor allem, wie willst du denn da runterkommen? Das muss der beste Orange-Juice in der Welt sein. Oh, die Orange ist ja übel nice. Like und subscribe und du hast unglaublich Glück für den Rest der Woche. Er wäscht seine Hände besser als 90% der Menschen. Was macht der? Guckt euch das mal an. Er wäscht sich die Hände. Okay, also der Vater oder Bruder versucht ihr gerade einen Trick zu stellen. Und sie ist natürlich die Schlaue. Die weiß ja immer, wie man das Ganze lösen kann. Aber ich warte immer noch auf das explodierende Dixi-Klo. Wenn das nicht kommt, Leute, ich warte drauf. Wo ist das Dixi-Klo? Okay, man kriegt das doch easy hin, indem man es einfach leicht drauflegt. Waagerecht. Ah, ich weiß, wie man es macht. Man überkreuzt die beiden und dann legt man es einfach drauf, oder? Sie sagt, auf Eis kann man es balancieren. Oh, ich weiß, Eis ist Wasser. Eis besteht aus Wasser. Aber Eis ist nicht gleich Wasser. Also, Eis ist ein Aggregatszustand von Wasser. Aber Wasser ist der flüssige Zustand. Deswegen ist Eis was anderes. Er kommt mit, ey, Eis ist etwas mit mehr Elektronen. Ja, moin. Ah, sie knickt das eine jetzt und legt es so rum. Das heißt, es gibt immer mindestens eine Fläche, die Oberflächenspannung hat. Und das, ja. There is no way she is about to get this. She is a genius. Ah, und dann legt sie das drauf. Sie hat es geschafft. Oh, nein, da ist das Nixi-Klo. Da ist das Nixi-Klo, Leute. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Oh, nein. Ich bin sehr gespannt, Leute. Was wird jetzt passieren? ... ... ... ... ... Perfekt, Digga. Danke. Danke, dass ich die Explosion hören kann, ohne die Explosion zu sehen. Oh, mein Gott. Oh, die, die gehen ganz schnell weg. Aber der Hund, der denkt sich so, ich merke das, oder ob das echt ist, oder nicht. Ich habe das Zeug schon mal gegessen, würde der Hund sagen. Ah, ich würde einfach ignorieren. Was passiert hier? Wo sind die, wo sind die, wo sind die Flippenbälle? Hä? Oh, das ist das, was man in Hollywood-Filmen sieht. In der letzten Sekunde diesen Wurf zu schaffen, der das Spiel entscheidet. Der Typ ist jetzt der Held. Der ist jetzt ein Held. Warum bekommst du es für mein Hund? Ich will das für mich selbst. Was ist das? Will Talk, was ist das? Das ist, was es so ist, dass es literally ein Schild enthalten ist. Wow. Wow. Ein Hühnchen fliegt. Ich habe nie ein Hühnchen gesehen, die tatsächlich fliegt. Hä? Ein Hühnchen fliegt. Direkt Moorhuhn starten. Hast du das Spiel ever spielten? Ja. Wenn nicht, dann sind sie ausmacht. Ja, Leute, ich liebe das. Jeder, jeder. Oh, komm mal, wie weit schaffen die das? Oh, das wird knapp. Oh, er ist da. Glaubst du, dass sie das timebte oder ist sie tatsächlich an ihren Klapsen reagiert? Ich glaube, es ist akustisch reagierend. Wenn der Barber zu viel zu viel Wasser verwendet, kann ich es sich verhalten. Bruder, komm, wenn schon, denn schon. Mach ganze Wasser. Ist das jetzt nass genug? Er macht einfach weiter. Er macht einfach weiter. Junge, seine Haare sind nasser als der Niagara-Fälle, weißt du? Und er macht einfach... Ich glaube, es ist immer noch nicht nass genug. Ich mache einfach weiter. Junge! Is this a Snakefish? I would set that down. What? Was ist das denn für ein Fisch? Ist das ein Aal? If you enjoyed, subscribe. Ich glaube, das war ein Aal oder so. Es sah ein bisschen aus. Aber ja, Leute. Das war's nochmal über von diesem Video. Freut mich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid. Und vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren. Und ganz wichtig, sprecht bitte nicht Leute an, die ein explodierendes Dixi-Klo betreten haben. Ähm, ich glaube, das ist nicht lecker. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Eigentlich ist es raus, auf 3,5 und ciao.